Kurz erklärt. Gemeinsam für Gerechtigkeit. Du fragst dich, welche Auswirkungen der Klimawandel für die Menschen weltweit hat? Du willst wissen, was genau hinter den Produkten steckt, die wir täglich kaufen? Du findest es ungerecht, dass wenige Menschen viel zu viel haben und dadurch viel zu viele Menschen hungern? Und du willst etwas verändern? Wir auch. Bei Brot für die Welt setzen wir uns für Gerechtigkeit ein. Weltweit. Es ist unser Ziel, dass es keine Armut mehr gibt. Wir engagieren uns gegen Hunger und Kinderarbeit. Wir treten ein für nachhaltige Entwicklung und die Durchsetzung der Menschenrechte. Damit Menschen ihr Leben aus eigener Kraft verbessern können, arbeiten wir in über 90 Ländern mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Sie kennen die Lage vor Ort und unterstützen Menschen, die von Armut und Ausgrenzung betroffen sind. Jyoti arbeitet bei unserer Partnerorganisation Samwada in Indien. Samwada bedeutet Dialog. In den Jugendzentren von Samwada können sich junge Menschen treffen und Ideen für eine gerechte Gesellschaft entwickeln. Jyoti hilft ihnen dabei, diese Ideen umzusetzen. Gemeinsam entwickeln sie zum Beispiel erfolgreiche Kampagnen für Frauenrechte, für bessere Studienmöglichkeiten und für Umweltschutz. Am eigenen Community College bietet Samwada Kurse in Women's Wellness and Justice, kritischem Journalismus, nachhaltiger Landwirtschaft, Abfallmanagement und anderen Berufen an, die soziale Gerechtigkeit fördern. So können sich die Jugendlichen für eine gerechte Gesellschaft einsetzen und gleichzeitig eine Perspektive für ihr eigenes Leben entwickeln. Paula ist bei Brot für die Welt jugendaktiv. Sie engagiert sich gegen Kinderarbeit und für Klimagerechtigkeit. Mit ihrer Ortsgruppe organisiert sie Workshops und kreative Aktionen. Im Jugendnetzwerk von Brot für die Welt gestaltet Paula auch bundesweite Kampagnen mit und kann so globale Gerechtigkeit auf die politische Agenda setzen. Jyoti und Paula haben sich bei einem Online-Workshop kennengelernt. Sie wissen, dass sie tausende Kilometer voneinander entfernt gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten. Das macht ihnen Mut. Wenn auch du dich engagieren willst, dann komm zu Brot für die Weltjugend. Denn nur gemeinsam können wir die Welt verändern. Denn Klimagerechtigkeit und ein würdevolles Leben für alle können wir erreichen. Als weltweite, solidarische Gemeinschaft. Dafür steht Brot für die Welt.